Eigentlich würde ich gerne wissen, wie es euch die letzten Wochen ergangen ist mit unserer Predigtreihe über Haggai. Ich kann jetzt keine Umfrage hier machen, aber interessant ist das ja schon mit diesem prophetischen Text aus dem Alten Testament. Und mir geht es wahrscheinlich ähnlich wie euch, wenn ich mich dann mit solchen Texten beschäftige, dann stelle ich fest, Mensch, da steckt ja doch oft mehr drin, auch für einen persönlich, als man vielleicht auf den ersten Blick dachte. Wenn man dann die Texte liest, denkt man, boah, das war richtig sperrig, anstrengend auch. Und heute ist es irgendwie auch so, aber wir graben tief und gucken, was drinsteckt, auch für uns heute mit dieser letzten Botschaft. So lese ich den Bibeltext aus Haggai 2, die Verse 20 bis 23. Diese zweite Botschaft sandte der Herr Haggai am 24. des Monats. Sag Zerubabel, dem Stadthalter von Judah, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Königsthrone werde ich stürzen und die machtfremder Reiche brechen. Ich werde ihre Streitwagen mit den Wagenlenkern umstürzen. Die Pferde werden samt ihren Reitern fallen und jeder wird durch das Schwert seines Bruders umkommen. Doch an diesem Tag spricht der Herr, der Allmächtige, werde ich dich, Zerubabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, halten wie einen Siegelring, spricht der Herr. Denn ich habe dich erwählt, dies sagt der Herr, der Allmächtige. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Text für eine Predigt aussuchen würdest. Ich habe ihn jetzt auch nicht ausgesucht. Er fiel auf mich irgendwie in der Abstimmung im Pastoraltheam. So bin ich gespannt, wie wir da reingehen. Haggai, er empfängt diese Prophetie am selben Tag wie die Prophetie, die wir letzte Woche gehört haben, als Lars gepredigt hat. Also zwei Botschaften am selben Tag. Diesmal ist aber der Adressat jetzt nicht das Volk oder so, sondern zuallererst und ganz speziell Zerubabel, dem Stadthalter von Judah. Vielleicht fragst du dich, was ist ein Stadthalter? Wie kann man das irgendwie vergleichen heute vielleicht? Also es gab ja diese herrschende Macht Persien und Persien hat Zerubabel eingesetzt als Verwalter dort für Judah, für die ganze Provinz und er war praktisch so der, ich sage mal, der leitende Beamte, vielleicht kann man das so sagen oder der eingesetzte Bürgermeister oder der Ministerpräsident oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall einer mit weltlicher Autorität, der dort gedient hat. Die Bedeutung von dieser Prophetie ist für uns erstmal schwer zu greifen und die Frage stellt sich ja, ja was ist denn das mit Zerubabel? Also warum wird er hier so konkret angesprochen, herausgehoben auch von den anderen? Hier wird jetzt ja der hohe Priester Jeshua gar nicht erwähnt, der sonst auch mit auftaucht. Hier geht es jetzt nur um ihn. Ein Hinweis, der vielleicht hilft und der uns nicht auf den ersten Blick jetzt geläufig ist. Zerubabel ist ein Nachfahre von König David. So er kommt aus dieser Familiendynastie 500 Jahre etwa dazwischen. Also schon viel, viel Zeit ist vergangen, seitdem König David auch eine Prophetie bekommen hat vom Propheten Nathan. Und die möchte ich uns einmal vorlesen aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, die Verse 12 bis 16. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Das war dann Salomo. Er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, werde ich ihn durch andere Völker strafen, aber meine Gnade will ich ihm nie entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinen Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Also das war mal eine ganz große Prophezeiung für David und für seine Familie, wo Gott ihm zugesprochen hat, hey David, ich mache Geschichte mit dir. Deine Herrschaft, du bist jetzt auf dem Thron, wunderbar und das soll für immer so sein. Es soll sich nicht ändern. Solche Prophezeiungen würden vielleicht heutige Königsfamilien auch gerne hören, dass sich nie etwas ändern wird und hier hat David das empfangen und genommen. Und irgendwie war auch diese Prophezeiung in Verbindung mit diesem Hausbau des Tempels. So und jetzt sind wir in einer ganz anderen Zeit und in den letzten Wochen haben wir gehört, was die Zeit so ausmacht. Also alles ist kaputt, Jerusalem ist kaputt gegangen, die Leute sind weggegangen ins Exil, sind wiedergekommen, jetzt bauen sie wieder auf. Der Punkt ist, dass es zum jetzigen Zeitpunkt eben keinen König gibt, der dort regiert, kein Nachfahre von König David. Alles ist irgendwie kaputt gegangen und die Frage stellt sich, hey Gott, was ist denn mit dieser Verheißung von vor 500 Jahren? Was ist denn mit diesem Zuspruch, den du an David und seine Familie gegeben hast? Bist du treu? Hältst du dich an dein Wort? Sprichst du da hinein und machst du immer noch was Neues oder ist es vorbei? Und es ist ja vorbei gewesen, weil das Volk sich versündigt hat und das Volk war Gott gegenüber untreu. Deswegen ist ja all das passiert. Deswegen ist der Tempel kaputt gegangen, deswegen sind sie ins Exil nach Babylon gegangen, deswegen das ganze Chaos und die Frage ist, was ist denn jetzt? Der Tempel wird gerade aufgebaut, es beginnt was Neues, aber die Frage ist, was ist mit dieser alten Prophetie, die hier im Raum steht? Und die Juden, die lebten in so einer mündlichen Tradition, die wussten diese alten Geschichten, die hatten die alten Schriftrollen auch und die wussten, was Gott versprochen hat. Wir sind manchmal überrascht, wenn wir Sachen im Alten Testament lesen und denken, ach, ich habe noch nie irgendwie gesehen und noch nie darüber nachgedacht. Die Juden hatten das präsent. Das heißt, die wussten auch hier, hier steht noch was offen, hier ist irgendwie noch was unklar. Die Frage, wie geht es jetzt weiter mit diesem Königtum? Das war die Frage. Und hier kommt dieser Zuspruch an Zerubabel, der bisher, ich sage mal, eine Form von weltlicher Herrschaft zugesprochen bekommen hat von den Persern. Und Gott, er spricht ihn jetzt persönlich an, wahrscheinlich auch irgendwie nicht öffentlich, sondern wirklich eins zu eins und sagt ihm, hey Zerubabel, du wirst jetzt hier nicht nur Stadthalter von den Persern sein, sondern ich setze dich ein. Es kommt der Zeitpunkt, wo du hier Verantwortung übernimmst und wo hier eine geistliche, eine göttliche Komponente mitschwingt, dass diese Königsherrschaft, die an David gegeben wurde, bei dir irgendwie landet und dass diese Linie, diese Verheißungslinie weitergeführt wird. Das steckt so dahinter. Also Gott spricht ihm zu, hey, ich habe dich erwählt, du bist mein Knecht. Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott greift alte Verheißungen wieder raus, wenn die noch nicht in Existenz gekommen sind. Und er erinnert sich selbst daran und sagt, hier ist noch was offen und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich hier aktiv werde. Er hält sich an sein Wort. Gott ist treu. Jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch, ja, das ist ja ganz interessant. So hier Hagai und Zerubabel und so und David. Aber warum ist das so bedeutungsvoll? Was hat es damit auf sich? Steckt da noch irgendwie mehr dahinter? Ja, das Ganze ist so bedeutungsvoll, weil an dieser Stelle diese Linie von David die Verheißung für den Messias ist. Das heißt, das war jetzt nicht nur so, dass diese Familie von David Macht haben sollte in Israel und dann ist gut, sondern der Gedanke Gottes war, dass aus der Familie von David, aus diesem Königsgeschlecht, sollte eines Tages der Messias für Israel, der Retter der ganzen Welt, Jesus Christus zur Welt kommen. Ein Nachfahre von David. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier, wo alles brach liegt, dass Gott hineinspricht und sagt, hier, es geht weiter, diese Linie bleibt bestehen. Jetzt kommt Zerubabel und irgendwann kommt der Messias. Also Zerubabel, irgendwie hier auch ein Bild für den Messias. Der Messias, Jesus. Jetzt muss ich gucken, irgendwo fehlt mir hier, glaube ich, ein Blatt in meinem Skript. Ich muss jetzt immer viele Blätter ausdrucken, wo meine Sehschwäche irgendwie zunimmt. Ja, das macht nichts. Irgendwann muss ich meine Gleitsichtbrille holen, aber noch, noch geht's. Ihr lacht, ne? Ihr wisst, wie das ist, ne? Man, bitte? Ja, genau. Ja, das ist das Alter, ne? Ab 40 geht's abwärts irgendwie. Was soll ich machen? Natürlich nur mit den Augen, ne? Die Weisheit nimmt zu. Also. Da ist also diese Prophetie letztendlich hingerichtet zum Messias, der kommen wird, der angekündigte Retter. Und Gott setzt Zerubabel ein in diese Verheißungslinie. Und so schließt sich auch der Bogen zum Neuen Testament und das ist ja auch mal ganz spannend, ja? Wir Bibelkenner und so, wie schließen sich Bögen und wie hängt alles zusammen? Hier von dem Stammbaum von Jesus. Ich habe jetzt nur mal einen rausgegriffen und auch nur diesen einen Vers, wo es dann um Zerubabel geht. Wollt uns hier nicht überstrapazieren. Lukas 3, Vers 27. Also aus dem Stammbaum von Jesus. Yoda, der Sohn Johannans. Johannan, der Sohn Resas. Resa, der Sohn Zerubabels. Zerubabel, der Sohn Shealtiels. Shealtiel, der Sohn Neris. Also, Zerubabel taucht auf in dem Stammbaum von Jesus. Und Gott, er schließt hier diese Lücke und knüpft an, an seine Verheißungen. Was hat das vielleicht mit uns zu tun? Was können wir da rausziehen jetzt aus dieser Begebenheit? Ich möchte dir sagen, dass Gott immer das große Bild hat. Gott, weil er Gott ist und weil er über allem steht und weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, sieht er das ganze Bild der Geschichte und er sieht auch das ganze große Bild deines Lebens. Er kommt immer zu seinem Ziel, weil er Gott ist. Er führt zu seinem Ziel. Er führt in seinen Plan hinein. Er tut die Dinge, die seinem Plan entsprechen. Und wir stehen staunt da und fragen uns irgendwie, wie hast du das gemacht? Weil wir irgendwie beteiligt sind und so. Aber letztendlich fragen wir uns, Gott, wie machst du das? Du bist groß. Eine neuestem männliche Bibelstelle, die ich mal hier zuziehen möchte. Philippa 1, Vers 6. Dort schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also da ist grundsätzlich eine Verheißung auf unserem Leben, dass wir mit Jesus unser Leben gestalten dürfen, dass er unser Leben prägt und dass er uns zum Ziel führt, bis an dem Tag, wenn er wiederkommt oder wir sterben und zu ihm gehen. Und er verheißt in seinem Wort, er bringt uns zum Ziel. Er zieht sich nicht raus. Er sagt jetzt hier nicht, naja, hier, ihr Volk Israel, Juden, ihr habt Pech gehabt, Zerubabel, ich lasse die Finger davon, sondern er investiert sich und er bringt zum Ziel, weil es seinem Plan entspricht. Und das gilt für unser Leben ganz genauso. Vielleicht fühlt sich dein Leben irgendwie unstetig an, so auf diesem Weg mit Jesus in der Nachfolge von ihm. Vielleicht geht das nicht so steil bergauf. Manchmal haben wir ja so eine Vorstellung, wir haben ein Leben, was verkorkst ist und dann lernen wir Jesus kennen und dann muss es immer so steil bergauf gehen. Immer mehr von ihm, immer mehr Kraft, immer mehr Vollmacht, immer mehr Liebe, immer mehr Erkenntnis, immer mehr Weisheit. Und dann irgendwann am Ziel, wenn wir oben angekommen sind. Und dann stellst du fest in deinem Leben, also so ganz so stringent nach oben ist das irgendwie nicht. Wenn du irgendwie mathematisch irgendwie fit bist, dann ist es eher wie so eine Sinuskurve, ja, so rauf und runter. Ist nicht wie so ein Graf, der jetzt irgendwie exponentiell nach oben schießt. Vielleicht geht dir das in deinem Leben auch so. Und dann möchte ich gerne, dass du eine Verknüpfung schaffst an dieser Stelle mit dem Volk Israel, wo ich sage, die waren auch unstetig unterwegs irgendwie. Mal waren sie nah bei Gott dran, mal waren sie ganz weit weg. Mal haben sie versagt, mal haben sie irgendwie Sachen im Leben erfahren, die schwierig waren und dann mussten sie weggehen aus ihrem Land und dann mussten sie woanders irgendwie klarkommen. Also viel hin und her, hin und her. Und manchmal ist unser Leben, glaube ich, ganz genau so. Ja, und da hören wir dann auch die russische Übersetzung, das ist auch spannend. Manchmal treffen wir falsche Entscheidungen in unserem Leben. Manchmal gehen wir auch Irrwege. Manchmal gehen wir in Sackgassen rein und stellen dann erst fest, wenn wir dann an dem Sackgassenschild stehen oder am Ende angekommen sind, Mensch, das war eine Sackgasse, dann müssen wir wieder umkehren. Manchmal ist Schuld und Versagen da. Phasen, wo wir uns irgendwie von Gott entfernt haben, wo wir andere Sachen vielleicht ausprobiert haben. Manchmal gibt es Verlusterfahrungen, die uns irgendwie schwer zu schaffen machen. Manchmal verstehen wir nicht diesen Weg mit Gott und fragen uns, ja, warum musste das jetzt sein? Warum konnte es nicht normal, stabil einfach so weitergehen? Manchmal haben wir keine Antworten. Manchmal fühlen wir uns unfrei, vielleicht äußerlich abgesichert, ja, Wohlstand ist da, aber innerlich unfrei durch irgendwelche Geschichten, die wir mit unserem Leben herumschleppen. Manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht auch wie das Volk Israel, irgendwie bin ich in der Fremde, ich bin hier in Babylon, ich habe eine Sehnsucht nach Heimat, ich bin noch nicht angekommen. Wo ist denn hier meine Heimat? Ich möchte dir sagen, ganz egal, wie dein Weg aussieht, ganz egal, wo du stehst und ob du sagst, es läuft alles immer toll in meinem Leben oder nicht, Gott wird nicht müde, dich anzusprechen, da wo du bist und sein Leben und seine Sicht der Dinge in deinem Leben hineinzuhauchen und dich wieder zu ihm zu ziehen an den unterschiedlichsten Punkten deines Lebens. Gott wird nicht müde, er ist treu. Wir sind oft nicht ganz so treu, wir sind irgendwie manchmal verpeilt, wir kriegen Dinge nicht hin, aber Gott geht uns nach. Er ist der Treue und er führt uns zum Ziel, das ist seine Verheißung. Gott liebt es, uns Menschen zu überraschen mit seiner Gnade und Vergebung. Mit seiner Gnade und Vergebung. Und ein Kennzeichen des David-Bundes, wir haben eben diese Verheißung gelesen, ein Kennzeichen von diesem David-Bund ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wir haben auch ein bisschen geredet über den Sinai-Bund und haben gesagt, da gibt es diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, du musst schon auch dich richtig gut verhalten, damit der Segen kommt und wenn das nicht klappt, dann kommt auch der Fluch irgendwie. Das ist so eine Komponente von dem Sinai-Bund, verkürzt geredet. Der David-Bund, da spricht Gott David zu, hey, meine Gnade werde ich dir nicht entziehen. Klammer auf, selbst wenn Schuld da ist. Und in diesem David-Bund, da sieht Gott schon die Schuld auch in dem Geschlecht von David. Bei Salomo, bei David selbst, ja, David und Bad Seba, bei Salomo, der war auch nicht der Held und so weiter. Die ganzen Leute kannst du aufzählen und du stellst fest, die waren alle nicht gut drauf. Aber der David-Bund, der bestand aus dieser großen Gnade, dass Gott sagt, hey, trotz all der Schuld, ich entziehe euch meine Gnade nicht und ich führe zum Ziel und eines Tages kommt der Messias aus dieser Linie. So, jetzt sind wir heute nicht im David-Bund und trotzdem hat auch der neue Bund von Jesus, der hat auch was von diesem David-Bund, auch diese große Gnade, die da ist. Jetzt haben wir auch Bibelstellen im Neuen Testament, die möchte ich auch nicht unterschlagen. Da, wo in die Richtung geredet wird, hey, da ist so viel Gnade da, wir sollten diese Gnade nicht ausnutzen. Dann sind wir bei der billigen Gnade, wie Bonhoeffer das gesagt hat, ja, dass wir praktisch auf Kosten der Gnade Gottes ein Leben in Sünde führen, weil wir wissen, dass Gott uns immer vergeben wird. Und dann sind wir auch in der Sackgasse unterwegs an der Stelle, okay? Also das meine ich jetzt hier nicht. Ich meine aber grundsätzlich, dass Gott voller Gnade ist und uns immer wieder zuwendet und dass er nicht will, dass wir, oder dass er weiß, dass wir nicht perfekt sind und dass er trotzdem seine Geschichte mit uns schreibt, wie mit dem David-Geschlecht. Seine Gnade ist groß. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit vollkommenen Menschen, sondern mit Leuten, die Fehler haben, die versagen, die auch mal daneben greifen. So, und wenn du sagst, hey, ich bin auch nicht perfekt und so, super, wir sind alle nicht perfekt. Ich habe letzte Woche, habe ich zweimal, das ist meine Gemeindeseminar gehalten. Einmal in Gütersloh, da sammeln wir jetzt unsere Leute ein, dass sie auch Mitgliedschaft bekommen in unserer Gemeinde. Und hier in Bielefeld mache ich auch regelmäßig das meine Gemeindeseminar. Und ein wichtiger Punkt, den ich da reingebe, ist immer einmal die Frage, was ist der Pastor nicht? Und dann gibt es dann irgendwie zwei Antworten, was der Pastor nicht ist. Der Pastor ist nicht perfekt und der Pastor ist kein Alleskönner. Es ist mir ganz wichtig, dass Leute das verstehen. Der Pastor ist kein perfekter Mensch, weil keiner perfekt ist. Wir sind alle auch unperfekt. Und wir sind auch keine perfekte Gemeinde. Und wir bestehen auch nicht aus perfekten Menschen. Sondern wir leben aus der Gnade Gottes. Und wir bringen alle unser Päckchen mit, wo wir irgendwie an die Grenze kommen von unserem Können. Und wir sind angewiesen darauf, dass Gott sich zeigt in seiner Gnade. Und das ist dann Befreiung. Und da kann man sich dann auch begegnen in dieser Freiheit. Ich möchte uns heute Mut machen, dass Gott auf unseren krummen Wegen gerade schreiben kann. Er schreibt auf krummen Wegen gerade. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir immer gerade Wege haben, dass alles perfekt ist, damit Gott was machen kann. Sondern wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und er schreibt seine Geschichte mit uns. Ich bin im regelmäßigen Abstand, gehe ich in geistliche Begleitung, wo ich eine Person habe, wo ich einfach regelmäßig hingehe und alles sagen kann, was mich beschäftigt, Fragen stellen kann und so ein bisschen reflektiert werde. Und ich glaube, vor einem halben Jahr war ich da und habe mich da in dem Büro, wo wir uns dann treffen, so ein bisschen umgeguckt. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben an einem Bild an der Wand. Und das habe ich euch mitgebracht. Also daran wurde ich erinnert. Ich lese das mal vor. Das ist von Friedrich Hundertwasser. Vielleicht kennt ihr den. Das ist dieser Architekt aus Österreich, glaube ich, der diese komischen Gebäude baut. Ja, also es gibt dann in Darmstadt, auf der Mathildenhöhe gibt es was. Es gibt auch in anderen Orten diese bunten, verspielten, fantasievollen Gebäude. Okay? So, müsst ihr euch mal angucken. Und der hat Folgendes mal gesagt, ich weiß nicht, wie gläubig der ist, aber das war ihm irgendwie wichtig als Erkenntnis. Er hat gesagt, die gerade Linie ist gottlos. Okay, wisst ihr jetzt gar nicht, was ihr damit meint, ja? Und dann hat er es in unterschiedlichen Sprachen hier. Die gerade Linie ist gottlos. Ich versuche das mal einfach so ein bisschen auf die Predigtbotschaft hier zu münzen und für uns irgendwie zu heben. Wir denken immer, wir müssen gradlinig unterwegs sein und alles müsste passen. Und das wäre das Ziel. Wenn wir jetzt diesen Gedanken aufgreifen, die gerade Linie ist gottlos, dann brauchen wir Gott ja gar nicht, wenn wir das selbst hinkriegen, immer eine gerade Linie zu ziehen. Dann ist Gott außen vor. Und das ist, glaube ich, der Gedanke. Also, lass uns doch von vornherein nicht versuchen, alles immer gradlinig und so alles hinzukriegen, sondern Gott einzuladen in unsere krummen Linien, dass er sich verherrlichen kann in unseren krummen Linien und in unseren komischen Wegen, dass er reinkommt und dass er mit seiner Herrlichkeit leuchtet in diesen Umwegen und in dieser Unvollkommenheit. Okay, also, Friedrich Hundertwasser. Weiß nicht, wie er sonst so drauf war, aber dieses Zitat fand ich irgendwie ganz hilfreich, auch für mich. Steck den Kopf nicht in den Sand, wenn irgendwas in deinem Leben nicht funktioniert. Gib nicht in deinem Denken auf, wenn du sagst, Mensch, es gab mal eine Zeit als junger Kerl, als junge Frau, wo du von Gott etwas empfangen hast, vielleicht eine Verheißung in deinem Leben, was mit deinem Leben geschehen sollte, vielleicht auch, welche Berufung auf deinem Leben ist und jetzt bist du 20 Jahre oder 30 Jahre weiter und du siehst nichts davon oder ganz wenig und es haben sich Sachen nicht ereignet, dann steck den Kopf nicht in den Sand. Da, wo Gott etwas hineingeredet hat in unser Leben und es ist wichtig, das auch zu unterscheiden, was kommt jetzt von Gott und was habe ich mir selbst eingeredet, ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, aber wenn das von Gott ist und es hat sich bestätigt von verschiedenen Seiten und es ist tief damals in deinen Herzensboden gefallen, dann steck den Kopf nicht in den Sand, wenn es jetzt noch nicht da ist. Gott arbeitet mit uns Menschen und Gott arbeitet mit Wartezeiten und manchmal sind die Wartezeiten viel, viel länger, als wir möchten und das findest du in der Bibel auch, wenn da so ein Mose 40 Jahre irgendwelche Ziegen in der Wüste hütet, bevor er hier in seine Berufung kommt, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen, dann sind 40 Jahre eine richtig lange Zeit und vielleicht hast du zu Hause keine Ziegen, ja, die du hüten musst. Jeder assoziiert jetzt irgendwie was, ne, hm, ja. Vielleicht hast du andere Sachen, andere Projekte, andere Aufgaben, die am Start sind. Ich möchte nur sagen, halte aus in dieser Wartezeit und lebe diese Wartezeit vor Gott und mit Gott und sei treu im Kleinen und sei bereit zu dienen und lass deinen Charakter schleifen und geh weiter mit Gott und vertraue auf ihn, dass er es zum Ziel führt. vertraue darauf, dass er handelt, auch wenn dein Leben ein bisschen krumm verlaufen ist oder verläuft. Und vertraue darauf, dass sich Berufung und Aufträge von Gott in deinem Leben entwickeln, vom Unsichtbaren immer mehr hin zum Sichtbaren. steigt nicht irgendwie groß ein und denkt, boah, jetzt, aber jetzt muss es losgehen, sondern halt den Ball mal flach und fang irgendwo an und trage es im Herzen und Sachen dürfen sich entwickeln und in die Sichtbarkeit kommen, dass andere Menschen das auch wahrnehmen. Bei Sero Babel war die Berufung auch jetzt hier persönlich ausgesprochen und es hat sich irgendwie dann gestaltet, dass es sichtbarer wurde nach außen hin. Oder wenn du an David denkst, ja, die Salbung zum König, der kleine David, 17 Jahre vielleicht. Und wie lange hat das gedauert, bis er dann wirklich in Amt und Würden war und diese Rolle ausüben durfte? Es braucht alles irgendwie Zeit. Wartezeiten sind Vorbereitungszeiten. Das sehen wir auch bei Jesus, bei Paulus, ist ein geistliches Prinzip. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Hagai-Text, denn da ist er noch mehr irgendwie sperrig. Das ist diese krasse Beschreibung, wie Himmel und Erde erschüttert werden, die Herrschenden werden von ihren Thronen geworfen werden und ein großer Kampf, der auch beschrieben wird, auch mit krassen Beschreibungen. Letztendlich passiert das ja immer wieder in der Weltgeschichte, dass die Machthaber nicht für immer die Machthaber bleiben, sondern Machthaber wechseln, Systeme wechseln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin aufgewachsen mit diesem Denken, naja, Bundesrepublik Deutschland, Demokratie und CDU, SPD und FDP, die machen das unter sich irgendwie aus. Wer weiß denn von uns, ob es in zehn Jahren hier noch so demokratisch zugeht, wie es jetzt zugeht? Nur weil es 80 Jahre so war. Irgendwann war das Kaiserreich da, dann kam Weimarer Republik, dann kam Nationalsozialismus, Diktatur, dann kam Demokratie. Es kann sich alles ändern. Es kann sich alles ändern. Machthaber haben nur begrenzt Macht. Der letztendliche Machthaber ist Gott selbst, der hier das Sagen hat und der Dinge lenkt und zum Ziel führt. Nur weil es uns 80 Jahre lang wirtschaftlich super gut ging, so hier in der westlichen Welt und mit den USA zusammen in Partnerschaft, heißt es nicht, dass es ewig so bleiben wird. Dinge können sich drehen. Manchmal an einem Tag können Sachen anders werden und auf einmal findest du dich in einer anderen Situation wieder. Und manche von uns, die haben solche Systemwechsel miterleben müssen, weil sie schon älter sind. Manche Geschwister kommen aus der DDR und dann hast du miterlebt, wie da vielleicht die Mauer gebaut wurde. Auf einmal warst du irgendwie eingegrenzt, jedenfalls in die eine Richtung hin. Und dann kam aber 89 wieder die Wende und dann kam das neue Geld und dann musstest du irgendwie klarkommen mit unserem Kapitalismus, den wir so toll finden und so. Verunsicherung, ja, die da ist. Und auch hier spricht dieser Bibeltext von großen Veränderungen. Der letztendliche Tag, an dem sich alles verändern wird, grundsätzlich ist der Tag des Herrn. So wird es im Alten Testament immer genannt. In der ganzen Bibel taucht er auf. Da, wo Gott am Ende der Zeit seine Herrschaft aufrichten wird, da, wo er mit seiner Perspektive auf alles durchkommen wird, da, wo er die Ungerechtigkeit auch der Herrschenden und der Machtsysteme wird er entmachten und es wird Gerechtigkeit kommen. Am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unsere Perspektive. Das ist unsere Perspektive. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von dem alten Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Er hat gesagt, er war ein gläubiger Mensch, die Herren der Welt gehen, unser Herr aber kommt. Das wäre auch cool, wenn unsere Politiker heute solche Statements bringen würden. Die Herren der Welt gehen, unser Herr aber kommt. Und in all dem, es hat verschiedene Ebenen der Prophetie, auch bei Zerubabel, nicht nur ganz das Ende der Zeit, sondern auch Umbrüche in seiner Zeit. Aber Gott spricht jetzt Zerubabel zu, hey, es werden Veränderungen kommen und es wird hier militärisch zugehen, Machtwechsel wird kommen und so weiter. Aber Gott sagt ihm, ich werde dich halten wie mein Siegelring. Ich werde dich halten wie mein Siegelring. Auch das sagt uns vielleicht erst mal nicht so viel. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Ringe. Es gibt ja auch diese Kaugummi-Automatsringe. Früher musst du 20 Pfennig da reinschmeißen, hast du einen Plastikring bekommen. Das ist jetzt hier nicht von der Wertigkeit gemeint. So ein Siegelring ist der Ring eines Machthabers, mit dem er seine Autorität ja weitergibt, da wo er diesen Siegelring abdrückt und in die Siegelmasse hinein presst. Da wird deutlich, hey, das kommt vom Herrscher selbst. Und er hat diese Autorität. Und auf diesen Siegelring muss man aufpassen, weil wer den Siegelring hat, der hat das Sagen und der hat die Autorität. Wenn also ein falscher Mensch da den Siegelring von irgendeinem bekommen hat, dann konnte er damit alles Mögliche abstempeln. Und Gott sagt zu Zerubabel, ich halte dich wie mein Siegelring. Das heißt, ich halte dich fest, ganz nah bei mir. Ich passe auf dich auf, weil du so wertvoll und wichtig für mich bist, wie ein Siegelring. Und ich möchte uns zusprechen, auch in dem Kontext, den ich so beschrieben habe, von Veränderungen, von Umbrüchen, von Unsicherheiten. Keiner weiß so richtig, was als Nächstes kommt. Und wie es weitergeht. Gott hält uns als seine Kinder wie seinen persönlichen Siegelring. Das Neue Testament sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein ähnliches Bild. Gott erlässt uns nicht einfach so los, sondern wir sind bei ihm geborgen und wir sind sicher bei ihm in Ewigkeit. Das heißt nicht, dass alles an uns abprallt, was passieren mag. Aber das heißt, dass unsere Glaubensperspektive, um das, worum es wirklich geht, wir sind sicher in ihm. Er hält uns wie sein Siegelring. Das ist eine Verheißung von Schutz und von Sicherheit. Und da schwingt auch was mit, dass wir in dieser Zeit, wir sind Bevollmächtigte von Jesus. Wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Abgesandten, wir sind in seinem Auftrag unterwegs. Egal was passiert, wir sind Jesusleute. Wir sollten von Jesus erzählen, wir sollten auf ihn hinweisen, wir sollten sein Leben ausstrahlen, wir sollten sein Licht weitergeben. Das ist unser Auftrag. Ich möchte zum Schluss kommen. Bitte schon mal die Musiker nach vorne zu kommen. Dieser alteste Männchen-Text, Hagai, das ganze Buch, das endet jetzt hier mit diesem Zuspruch an Zerubabel, mit dieser Perspektive, hey, er ist geborgen und es kommt dieser Tag des Herrn irgendwann. Und wir wissen, dass wir ja auf Jesus warten. Und das ist unsere Lebensperspektive, unsere Glaubensperspektive. Und die sollten wir immer wieder vor Augen halten, ganz bewusst und sagen, ja, wir leben nicht für diese Zeit, wir leben nicht hier für unseren Wohlstand oder so, sondern wir leben auf Jesus hin. Und dann sind wir am Ziel und er führt uns dahin, weil seine Gnade so groß ist. Lass uns ein, dass wir aufstehen. Wir werden jetzt noch ein Lied miteinander singen. Ich weiß nicht, wo du angesprochen wurdest in diesem Bibeltext und wo du gemerkt hast, dass Gott dich antippt. Das kann das eine, das andere sein, kann ganz unterschiedlich sein. Für jeden von uns ist was anderes irgendwie dran. Aber ich lade dich ein, dass du dein Leben, vielleicht auch gerade deine Lebenssituation, wie es gerade jetzt ist, dass du es Gott hinhältst und sagst, Gott, ich bin diese krumme Linie und ich gebe mich dir hin, weil ich darauf vertraue, dass du etwas draus machst. Man rechne mit seiner Gnade, rechne damit, dass er nicht loslässt, sondern dass er hineinspricht in dein Leben, immer wieder neu, dass er Neuanfänge ermöglicht, dass er zur Vollendung führt, dass er in deine Berufe hineinführt, wo du denkst, Mensch, ich stehe auf dem Schlauch, ich komme nicht weiter. Dafür würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Kraft, die drin liegt, auch in diesen alten Texten. Danke, Herr, für dein Reden durch deinen Heiligen Geist, Herr, und du siehst jeden Einzelnen, so komm Geist Gottes und sprich du in Lebenssituationen hinein. Deine Hoffnung, deine Erneuerung, Gnade auch mit sich selbst, Vertrauen in dich. Jesus, hol du uns heraus aus Lethargie, hol du uns heraus aus Verzweiflung, hol du uns heraus aus Selbstverdammnis. Führe du uns in deine Freiheit, in deine guten Absichten und Perspektiven für unser Leben und lass uns als deine abgesandten Leute, als deine Nachfolger in dieser Zeit leben mit der Perspektive, dass du alles zum Ziel führen wirst. So komm Geist Gottes und schreib deine Geschichte mit jedem von uns weiter, auch an diesem Tag. Das bete ich hier in deinem Namen. Amen. Amen.